Einu Lindale Die Musik der Einur aus J.A.R. Tolkiens Das Silmarillion Gedacht als Kaufempfehlung Das kurze Kapitel Die Musik der Einur beschreibt Tolkiens Version von der Erschaffung der Welt. Die Musik der Einur Eru, Varda, der eine, der in Arda Iluvatar heißt, und er schuf erstens die Einur, die Heiligen, Sprösslinge seiner Gedanken, und sie waren bei ihm, bevor irgendetwas anderes erschaffen war. Und er sprach zu ihnen, sie Melodien lehrend, und sie sangen vor ihm, und er war froh. Lange aber sangen sie nur jeder für sich allein oder zu wenigen, während die anderen lauschten, denn ein jeder verstand von Iluvatars Gedanken nur jenen, aus dem er selber stammte, und nur langsam lernten sie sich auch ihre Brüder verstehen. Doch indem sie hörten, verstanden sie besser, und es wuchsen Einklang und Harmonie. Und es geschah, dass Iluvatar die Einur alle zusammen rief, und sie eine gewaltige Melodie lehrte, die größere und herrliche Dinge auftat, als er ihnen je gezeigt hatte. Und der Glanz ihres Anfangs und die Pracht ihres Endes verwirrten die Einur, sodass sie sich vor Iluvatar verneigten und still waren. Da sagte Iluvatar zu ihnen, aus dem Thema, das ich euch gewiesen, machet nun in Harmonie gemeinsam eine große Musik. Und weil ich euch mit der unverlöschlichen Flamme angefacht habe, so zeiget eure Kräfte und führt mir dies Thema aus. Da begannen die Stimmen der Einur zu erschallen wie Harfen und Lauten, Flöten und Posaunen, Geigen und Orgeln, und sie machten aus Iluvatars Thema eine große Musik. Und ein Klang stieg auf von endlos ineinander spielenden Melodien, harmonisch verwoben und verlor sich in die Höhen und Tiefen jenseits allen Gehörs. Und die Räume, wo Iluvatar wohnt, quollen über, und die Musik und ihr Echo halten hinaus in die Leere, und sie war nicht mehr leer. Nie wieder haben seither die Einur eine Musik gleich dieser gespielt. Doch heißt es, eine noch schönere soll vor Iluvatar nach dem Ende aller Tage erklingen, von den Chören der Einur und der Kinder Iluvatars. Dann werden die Themen Iluvatars recht gespielt werden und das Sein erlangen in dem Augenblick, da sie erklingen. Dann alle werden sie ganz verstanden haben, welches für ihr Teil Iluvatars Absicht ist. Und jeder wird wissen, was jeder weiß, und Iluvatar wird in ihren Gedanken das geheime Feuer geben, und er wird sein Wohlgefallen haben. Jetzt aber saß Iluvatars und lauschte, und lange schien es ihm, daß es gut sei, denn die Musik war ohne Fehl. Wie über das Thema weiter ging, kam es Melkor in den Sinntöne einzuflechten, die er selbst erdacht hatte, und die nicht zu Iluvatars Thema stimmten, denn er strebte nach mehr Glanz und Macht für die ihm zugewiesene Stimme. Melkor war unter den Einur die reichsten Gaben an Macht und Wissen verliehen, und an allen Gaben seiner Brüder hatte er teil. Oft war er allein in die Räume der Leere gegangen, um die unverlöschliche Flamme zu suchen, denn heiß war sein Verlangen, Dinge in die Welt zu setzen, die sein Eigen wären, und es schien ihm, daß Iluvatar sich nicht um die Leere kümmerte. Er aber war es nicht zufrieden, daß sie leer war. Doch er fand nicht das Feuer, denn es ist bei Iluvatar. Als er aber allein war, hatte er begonnen, eigene Gedanken zu denken, andere als seine Brüder. Manche von diesen Gedanken flocht er nun in sein Lied, und Missklang wuchs um ihn auf, und viele, die nahe bei ihm sangen, wurden unmutig. Ihre Gedanken verwirrten sich, und ihr Gesang stockte. Manche aber begannen, sich auf ihn einzustimmen und von ihrem ersten Gedanken abzubeichen. Nun breitete sich Melkors Missklang noch weiter aus, und die Melodien, die man zuvor gehört, scheiterten in einem Meer wirrer Töne. Iluvatar aber saß und lauschte, bis daß es schien, ein sturmdunkler Wasser tobe um seinen Thron, die in endlosen, unversöhnlichem Hass einander bekriegten. Da stand Iluvatar auf, und die Einur sahen, daß er lächelte. Und er hob die linke Hand, und ein neues Thema kam auf inmitten des Sturms, ähnlich dem ersten und doch anders, und es gewann Kraft, und es war von neuer Schönheit. Doch die Missktöne Melkors bäumten sich auf und widerstritten ihm, und abermals heftiger als zuvor führten die Töne Krieg, bis daß viele der Einur sich fürchteten und nicht mehr sangen, und Melkors hatte die Oberhand. Abermals stand Iluvatar auf, und die Einur sahen, daß seine Miene streng war, und er hob die rechte Hand. Und siehe, ein drittes Thema erwuchs aus der Wirrnis, und es war anders als die ersten. Denn zuerst schien es leis und sanft nur ein Wellenspiel milder Laute in zarten Melodien, doch war es nicht zu übertönen, und kam zu Kraft und Würde. Und so schien es nun, als ob die zwei Lieder zur gleichen Zeit vor dem Thron Iluvatars erklängen, und sie waren ganz uneins. Das erste war tief und weit und schön, doch langsam, im Ton eines unermesslichen Leids, aus dem seine Schönheit entsprang. Das andere hatte nun für seinen Teil seiner Einheit gefunden, doch war es schrill und leer und wiederholte sich endlos. Und es hatte nicht viel Harmonie, sondern eine lärmende Einstimmigkeit, wie wenn viele Trompeten zwischen wenigen Tönen wechseln. Und es war bemüht, das andere Lied mit der Gewalt seiner Stimme zu ersticken, doch schien es, daß seine leuchtendsten Töne von dem anderen Lied ergriffen und in dessen feierlicher Melodie mitgeführt wurden. Inmitten dieses Kampfes, der Iluvatars Hallen erschütterte, so daß ein Beben in die Räume nie gebrochenen Schweigens hinauslief, stand Iluvatar ein drittes Mal auf, und sein Antlitz war furchtbar zu schauen. Dann hob er beide Hände und mit einem Akkord, der tiefer war als der Abgrund, höher als das Firmament, und durchdringend, wie das Licht aus dem Auge Iluvatars, endete die Musik. Der sprach Iluvatar, und er sagte, Mächtig sind die Ainur, und am mächtigsten unter ihnen ist Melkor. Daß er's aber wisse, er und alle Ainur, daß ich Iluvatar bin, will ich euch jene Dinge zeigen, die ihr gesungen, und möget ihr sehen, was ihr getan. Und du, Melkor, sollst sehen, kein Thema kann gespielt werden, das nicht in mir seinen tiefsten Grund hätte, noch kann ein Lied einer ändern mir zum Trotz. Denn wer dies unternimmt, nur als mein Werkzeug wird er sich erweisen, um Herrlicheres zu erschaffen, von dem er selbst nichts geahnt. Da fürchteten sich die Ainur, und sie verstanden noch nicht die Worte, die sie vernommen hatten. Und Melkor war von Scham erfüllt, aus der geheimer Zorn wuchs. Iluvatar aber erhob sich in Herrlichkeit, und er schritt fort von den lichten Gefilden, die er für die Ainur geschaffen hatte, und die Ainur folgten ihm. Als sie aber in die Lehre gekommen waren, da sagte Iluvatar zu ihnen, Seht, dies ist euer Lied. Und er zeigte ihnen ein Gesicht und gab ihnen zu sehen, was sie zuvor nur gehört hatten. Und sie sahen eine neue Welt, und sie wölbte sich in der Lehre und wurde von der Lehre getragen, und doch war sie ihr nicht gleich. Und als sie sahen und staunten, da tat diese Welt ihre Geschichte vor ihnen auf, und sie schien zu leben und zu wachsen. Und nachdem die Ainur eine Weile geschaut hatten und schwiegen, da sagte Iluvatar abermals, Seht nun eure Musik. Dies ist euer Gesang, und ein jeder von euch soll hier eingeschlossen finden, in dem Plan, den ich euch vor Augen führe, wovon ihr immer ihn dünken mag. Er selbst habe es ersonnen oder hinzugetan. Und du, Melkor, wirst all die heimlichen Gedanken deines Geistes entdecken und wirst erkennen, nur ein Teil des Ganzen sind sie und ihm untertan. Und vieles andere noch sagte Iluvatar damals zu den Ainur, und da sie sich seiner Worte erinnern und jeder das Lied kennt, das er selber gespielt, wissen die Ainur vieles von dem, was war, was ist und was sein wird, und wenige Dinge bleiben ihnen verborgen. Manches aber ist da, das können sie nicht sehen, weder allein noch im gemeinsamen Ratschluss. Denn nur sich selbst hat Iluvatar alles vertraut, was er bereithält, und in jedem Zeitalter treten Dinge auf, die neu und nicht geweissagt sind, denn sie kommen nicht aus dem Vergangenen. Und so auch bei diesem Gesicht der Welt. Als es vor den Ainur aufgetan wurde, da sahen sie Dinge, die sie nicht gedacht hatten. Und mit Erstaunen sahen die Kinder Iluvatars kommen und die Wohnung, die ihnen bereitet war, und sie erkannten, dass sie selbst mit ihrer Musik Hand angelegt hatten, ihnen diese Wohnung zu schaffen, ohne doch von einem anderen Zweck als dem der Schönheit zu wissen. Denn die Kinder Iluvatars waren von ihnen allein erdacht, und sie kamen aus dem dritten Thema und waren nicht in dem Thema, das Iluvatar zu Anfang gab, und keiner der Ainur hatte an ihnen mitgeschaffen. Umso besser gefiel ihr Anblick den Ainur, denn anders als sie selbst waren diese Geschöpfe fremd und frei, worin sie von Neuem den Geist Iluvatars erkannten und noch ein wenig mehr von seiner Weisheit erfuhren, die auch sonst den Ainur verborgen blieb. Die Kinder Iluvatars aber sind Elben und Menschen, die Erstgeborenen und die Nachkömmlinge. Und inmitten all der Wunder der Welt, ihrer weiten Hallen und Räume und kreisenden Feuer, bestimmt Iluvatar ihnen eine Stätte in den Tiefen der Zeit und inmitten der unzählbaren Sterne zur Wohnung. Und diese Wohnung mag jenen ein geringes scheinen, die nur die Größe der Ainur sehen und nicht auch ihre furchtbare Schärfe. Wie, wenn einer das ganze Gefilde Ardas zur Grundlage eines Pfeilers nehme und diesen immer höher aufrichtete, so lange bis der Gipfel spitze als eine Nadel wäre. Oder wer nur an die unermessliche Weite der Welt denkt, an der die Ainur doch immer bauen und nicht auch an die feine Genauigkeit, mit der sie ein jedes Ding darin bilden. Als nun aber die Ainur jene Wohnung im Gesichte erblickten und die Kinder Iluvatars hatten darin erwachen sehen, da wandten viele der Mächtigsten unter ihnen all ihr Denken und Trachten jenem Orte zu. Unter diesen ragte Melkor vor, wie er auch zu Anfang der Größte unter den Ainur gewesen war, die an der Musik teilhatten. Und er gab vor und glaubte es zuerst selbst, dass er dorthin zu gehen begehre, um alles zum Wohle der Kinder Iluvatars zu richten, und er hielt die Stürme von Hitze und Kälte im Zaum, die in ihm tobten. Was er begehrte, war aber, sich Elben und Menschen zu unterwerfen, denn er neidete ihnen die Gaben, die Iluvatar ihnen versprach, und er wollte selbst Untertanen und Knechte haben und der Herr genannt werden und über anderer Willen gebeten. Die anderen Ainur aber blickten auf diese Wohnung in den weiten Räumen der Welt, welche die Elben Arda nennen, die Erde, und ihre Herzen erfreuten sich des Lichtes, und ihre Augen waren froh der vielen Farben, die sie schauten. Die Sorge aber machte ihnen das Toben der See. Sie achteten auf die Winde und die Luft, auf die Elemente, aus denen Arda geschaffen war, Eisen und Stein, Silber und Gold und viele andere Stoffe. Von allen diesen am höchsten aber schätzten sie das Wasser, und die Eldar sagen, mehr als in jedem anderen Stoff auf dieser Erde sei im Wasser das Echo von der Musik der Ainur lebendig, und viele der Kinder Iluvatars lauschen noch immer unersättlich den Stimmen des Meeres und wissen doch nicht, ob was sie lauschen. Dem Wasser nun hatte jener Ainur den Sinn zugewandt, den die Elben Ulmo nennen, und ihn hatte Iluvatar von allen am tiefsten in der Musik unterwiesen. Die Lüfte und Winde aber verstand Manwe am besten, welcher unter den Ainur der edelste ist. Die Dinge im Schoß der Erde hatte Aule bedacht, dem Iluvatar an Kunst und Wissen kaum weniger verliehen hatte als Melkor. Aule aber setzte allen Stolz und alle Freude in die Arbeit des Fertigens und das gefertigte Ding nicht in den Besitz, noch in die eigene Meisterschaft, und deshalb schenkt er und hortet nicht und nimmt unbesorgt stets wieder etwas Neues vor. Und Iluvatar sprach zu Ulmo und sagte, »Siehst du nicht, wie hier in diesem kleinen Reich in den Tiefen der Zeit Melkor deine Provinz bekriegte? Bittre, unermessliche Kälte hatte er sonnen und doch nicht die Schönheit deiner Quellen und klaren Teiche vernichtet. Sieh nur den Schnee und den grimmigen Frost, Hitze und Feuer ohne Maß hat Melkor entfacht und doch ist deine Freude nicht vertrocknet und die Musik des Meeres nicht erstickt. Sieh auch die hohen prächtigen Wolken und die wechselvollen Nebel und höre, wie der Regen auf die Erde fällt und in diesen Wolken bist du, Manwe, nahe deinem Freunde, den du liebest.« Da antwortete Ulmo, »Wahr ist's! Schöner sind nun die Wasser, als mein Herz es gedacht, und in meinem himmlischsten Sinnen habe ich nichts von der Schneeflocke gewußt, noch war in meinem Gesang je das Fallen des Regens erklungen. Ich will Manwe suchen gehen, auf das er mir Melodien zu deiner ewigen Freude mache. Und von Anfang an sind Manwe und Ulmo Bundesgenossen gewesen und in allem haben sie am getreuesten Iluvatars Absicht gedient.« Aber noch während Ulmo sprach und die Einer auf dieses Gesicht starrten, wurde es entrückt und ihren Blicken verborgen, und zugleich schien es ihnen, dass sie etwas Neues sahen, das Dunkel, das sie zuvor nicht gekannt hatten, außer in Gedanken. Aber sie hatten die Schönheit jenes Gesichtes liebgewonnen und waren vertieft in den Aufgang der Welt, die dort ins Sein trat. Und sie gingen ihnen nicht aus dem Sinn, denn unvollendet war die Geschichte und die Kreise der Zeit hatten sich noch nicht geschlossen, als das Gesicht entrückt wurde. Und manche haben gesagt, das Gesicht habe aufgehört, bevor das Reich der Menschen begründet gewesen und die Erstgeborenen verschwunden seien, weshalb die Valar, obgleich ihre Musik über allem ist, nicht mit eigenen Augen in die späten Zeitalter geblickt haben, noch das Ende der Welt. Unruhig wurden da die Einur. Ilúvatar aber sprach zu ihnen und sagte, ich kenne den Wunsch eures Geistes, was ihr gesehen, solle wahrhaftig sein, nicht nur in euren Gedanken, sondern sein, wie ihr selber seid, und doch anders. Also sage ich, eher, es sei. Und ich will die unverlöschliche Flamme in die Leere hinaus senden, und sie wird im Herzen der Welt brennen und die Welt soll sein. Und wer von euch will, mag in sie hinabsteigen. Und plötzlich sah die Einur in der Ferne ein Licht wie von einer Wolke mit einer Flamme im Herzen, und sie wussten, dass dies nicht nur ein Gesicht war, sondern dass Ilúvatar ein Neues geschaffen hatte. Eher die Welt, wie sie ist. So kam es, dass manche der Einur bei Ilúvatar blieben, jenseits der Welt, andere aber, darunter manche der Größten und Edelsten, nahmen von Ilúvatar Abstieg und stiegen in die Welt hinab. Diese Bedingung aber stellte Ilúvatar, oder sie ist notwendig aus ihrer Liebe, dass ihre Kräfte von nun an in der Welt eingeschlossen und gebunden und für immer darinnen bleiben müssten, bis sie vollendet sei, so dass sie der Welt Leben sind und die Welt ihr Leben. Und daher werden sie die Valar genannt, die Mächte der Welt. Als aber die Valar Ea betraten, da waren sie zuerst befremdet und ohne Rat, denn nichts schien schon erschaffen zu sein, wie sie es dem Gesicht erblickt, sondern alles war noch ungestalt und wollte erst beginnen, und es war dunkel. Denn die große Musik war nur ein Blühen und Wachsen der Gedanken in den zeitlosen Hallen gewesen und das Gesicht nur ein Vorgesicht. Nun aber waren die Valar beim Anfang der Zeit eingetreten und sie sahen, nur als Lied und Schatten war die Welt schon da gewesen und sie erst mussten sie vollbringen. Und so begannen ihre gewaltigen Mühne in den unermesslichen, nie gesehenen Wildnissen über ungezählte und unvergessene Zeitalter hin, bis das in den Tiefen der Zeit und in den weiten Hallen von Ea jene Stunde und jene Städte da war, wo den Kindern Illovatars die Wohnung gerichtet war. Und in diesem Werke traten Manwe, Aule und Ulmo am meisten. Doch auch Melkor war von Anfang an dabei und er mischte sich in alles und wandte es, wo er konnte, nach seinen eigenen Wünschen und Plänen. Und Melkor entfachte die großen Brände. Als daher die Welt noch jung und voller Flammen war, begehrte sie Melkor zu eigen und er sagte zu den anderen Valar, dies Königreich soll mein sein und nach mir will ich es benennen. Doch Manwe war Melkors Bruder im Geiste Illovatars und er war das führende Instrument des zweiten Themas gewesen, das Illovatare gegen Melkors Missklang aufgeboten hatte. Und er rief viele Geiste herbei, größere und geringere und sie stiegen hinab in die Gefilde Ardas und halfen Manwe, auf das Melkor sie nicht für immer daran hindere, ihr Werk zu vollbringen und die Erde nicht schon vor ihrer Blüte verdorre. Und Manwe sagte zu Melkor, dies Reich sollst du nicht dein Eigen nennen wieder recht, denn viele haben sich hier gemüht, nicht minder als du. Und es gab Streit zwischen Melkor und den anderen der Valar und vor's Erste zog sich Melkor zurück, wandte sich anderen Gegenden zu und tat dort, was ihm beliebte. Doch das Königreich Arda begehrte er weiter von Herzen. Die Valar nahmen nun selbst Form und Gestalt an und weil es die Liebe zu den erhofften Kindern Illovatars war, die sie in die Welt geführt hatte, so wählten sie Gestalten nach der Art, wie sie es im Gesicht Echte Illovatars erblickt hatten, nur edler und prächtiger. Doch ist ihre Gestalt aus dem Wissen von der sichtbaren Welt gebildet, nicht aus dem sichtbaren Selbst. Und sie bedürfen ihrer nur so, wie wir Kleider tragen, ohne doch minder wirklich zu sein, wenn wir nackt sind. Daher können die Valar, wenn es ihnen beliebt, der Gestalt entraten. Und dann vermögen auch die Eldar, sich deutlich sie zu sehen, nur daß sie zugegen sind. Wenn sie sich jedoch zu Kleiden wünschen, so gehen manche der Valar in männlicher und manche in weiblicher Gestalt, denn diesen Unterschied des Gemüts kannten sie schon vom Anbeginn. Und er wird in der Wahl, die ein jeder trifft, nur verkörpert, nicht geschaffen, so wie bei uns auch, Mann und Weib am Kleide zu erkennen, doch nicht durch das Kleid geschaffen sind. Die Gestalten, in denen die Großen erscheinen, sind aber nicht zu allen Zeiten gleich denen der Könige und Königinnen unter den Kindern Ilubatars, denn bisweilen kleiden sie sich in ihre eigenen Gedanken und werden sichtbar in erhabener und schrecklicher Gestalt. Die Valar sammelten viele Gefährten um sich, deren manche geringer, manche fast so mächtig wie sie selber, und zusammen richteten sie die Erde ein und geboten den Stürmen Halt. Da sah Melkor, was geschah, daß die Valar als sichtbare Mächte auf Erden gingen, im Gewand dieser Welt liebenswürdig und prächtig als Glückselige, denen die befriedete Erde zum Lustgarten wurde. Noch mehr wuchs da sein Neid, und auch er nahm sichtbare Gestalt an. Wie sein Gemüt aber und wie das Böse, das in ihm brannte, war seine Erscheinung dunkel und schrecklich. Und er stieg auf Arda hinab, größer an Macht und Würde als jeder andere unter den Valar, wie ein Berg, der im Meere wartet, das Haupt über den Wolken in Kleidern von Eis mit einer Krone von Qualm und Feuer. Und das Licht aus Melkors Augen war wie eine Flamme und die mit Hitze senkt und mit tödlicher Kälte schneidet. So begann die erste Schlacht der Valar mit Melkor um die Herrschaft Ardas. Doch von diesen Stürmen wissen die Elben nur wenig, denn was hierzu überliefert ist, stammt von den Valar selbst, mit denen die Elanidee El Dalie im Land Valinor gesprochen haben und von denen sie unterrichtet wurden. Wenig aber sagten die Valar je von den Kriegen vor der Ankunft der Elben. Doch heißt es unter den Eldar, die Valar hätten immer Melkor zum Trotz die Erde regieren und sie auf die Ankunft der Erstgeborenen vorbereiten wollen. Und sie bauten Länder und Melkor zerstörte sie. Täler gruben sie und Melkor schüttete sie zu. Berge meißelten sie und Melkor stieß sie um. Meeren gaben sie ihr Bett und Melkor verspritzte sie. Und so hatte kein Ding Frieden und konnte nicht gedeihen, denn kaum hatten die Valar ein Werk begonnen, so machte Melkor es zunichte und verdarb es. Und doch war ihr Mühen nicht ganz vergebens. Und wenn auch nirgends und in keinem Werke ihr Wille und Plan sich ganz erfüllten und alle Dinge von anderer Form und Gestalt waren, als es zunächst die Absicht der Valar gewesen, so wurde dennoch allmählich die Erde geformt und gefestigt und so war schließlich den Kindern Ilobatars die Wohnung gerichtet in den Tiefen der Zeit und inmitten der unzählbaren Sterne.